Ähm... Resmaa, kannst du nicht Zeit stoppen? Kannst du nicht Zeit stoppen, bis Grisha wirklich mal angefangen hat und wir in-game sind? Weisst du sie? Für Tele-Ban, Elia Rohrbach. Guten Morgen miteinander. Es ist Sonntag, pünktlich am 10 Uhr. Ein neues Video, ein neues Mario Kart-Rennen. Und mit dabei seit langem wieder einmal Elia. Guten Morgen. Grüße ich, Grisha. Wie geht's euch? Mir geht es sehr gut und ich hoffe auch dem anderen Gast, dem Maiello, geht es gut. Guten Morgen. Mir geht es fantastisch. Ich habe hier mein Croissant in der Hand, in der anderen Hand mein Regenbockenglas. Es ist alles gut für mich. Super. Sind wir alle ready? Oder Elia, hast du noch etwas mitzuteilen? Ähm, nein. Grisha, wie geht es dich? Haha, wir können ins Rennen. Nein, nein, wir wollen ins Mario Kart bekommen. Erstens Rennen. Er sagt Bike Map. Lieblings-Map von Elia. Mal schauen, ob er auch etwas raus holt. Mal schauen, ob er den Felsstart machen kann. Natürlich, ich mache hier einen Felsstart. Ich mache auch einen Felsstart. Das gibt es doch nicht. Da haben wir ins Rennen. Nein, wieso habe ich das Item? Oh, Leute, der ist kackt. Ach, Mann. Komm, einfach ruhig bleiben und konzentrieren. Elia ist vor mir. Das müssen wir ändern. So. Das hätte ich noch nicht so schwer zu beheben sein, Elia. Nein, ich komme ganz schnell. Ufff. Ich mache keine Geile. Das gibt es doch nicht. Hast du jetzt wirklich in der Luft die scheisse Banane geschmissen und mich mit der erwischt? Wirklich? Ja, das ist doch einfach... Oh, da ist irgendjemand, wo das Ding ist. Ja, nein, nein, nein. Nein, wieso wieder neben die Map? Da, jetzt. Ich sehe nichts. Nein, hast du... Hast du jetzt ohne Scheiss noch alle Dings gehabt, Turtle Cup? Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Nein, ich fahre die Scheisseflecken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Elia. Was soll das? Das ist doch... Also das mit dem App-Fügen-Chat, das vergessen wir mal ganz schnell wieder. Oh mein Gott. Oh, sehr schön. Das gefällt mir, was mir an mir vorbei ist. Und dann, was mache ich, Double? Ihr seid doch Wichser. Die ganze Zeit in der größten Scheisse. Siehst du? Wieso bin ich eigentlich fiers? Kann man das mal erzählen? Keine Ahnung. Hallo, wieso kann man mal roten? Hey, jetzt ist es kritisch. Ich fahre doch so gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fier. So fier. Was für ein Ding. Was für ein Ding. Ihr habt mich so schön konzentriert. Nein. Ah, fuck. Ah, ist noch nicht fertig? Ich habe aufgehört. Nein, nein. Hast du aufgehört? Ich habe aufgehört. Ja, Moin. Aber der Li hat mich noch nicht mehr überholt. Der PP. Ja, komm. Hey. Oh mein Gott. Sie sind da draufgekommen. Nein, hey. Das gibt es doch nicht. Wieso kommt jetzt da der Scheissgeist? Der hat mir jetzt meinen Schutz weggenommen. Wir? Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Maelo! Du sieh! Ich finde das schön. Nein, du Scheiss. Es ist ja gegen die Hände abgeschoren. So. Nein, 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 nein. Ha! Ich habe nämlich noch mal einen Schutz gekriegt. Nein, nein. Ja, doch. Im Ziel. Erste. Yes. So schön, Mann. So schön. Zweites Rennen. Knochen trocken. Vielleicht bekomme ich das mal, Herr Serra, um richtig zu starten und mit einem Fehlstart zu machen. Das ist ja nicht. Was will denn nicht? Schau, schau! Sehr gut. Sehr gut. Ich habe schön gestartet. Nein. Wer hat doch den Scheissgeist? Ja, klar. Und ich bekomme eine Donation. Ich bekomme eine Donation. Hey, Maelo. Hey, Maelo. Was soll das? Pisse dich da. Hey. Was soll das denn hier? Nein. Wieso fahre ich mir da in diese Scheisswände hinein? Warum habe ich jetzt ein Item bekommen? Ja, und ich bekomme ja wieder nur Donations. Ich bin nicht einmal auf dem ersten Platz und auf dem dritten und bekomme nur so blöde Drecks-Donations. Elia? Ab dir. Was soll das? Hey, jawoll! Hast du ihn noch verwischt? Ja klar, ich habe ihn verwischt. Nein, wer verwischt... War das eine Bombe oder was? Jörg, frisst die Bombe. Klar holt die mich. Hey, ich bin jetzt... Das ist doch... Oh ja, komm. Warte noch ein bisschen, dann werfst du ihn noch mal. Hey, 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 hey. Nein, nein. Jetzt werde ich... Oh, es kommt mal ein blauer. Ich komme da durch. Oh. Oh mein Gott, jetzt bin ich mit einer roten Ohren ums Gewicht. Nein, ich bin nicht so schlecht. Ich weiss nicht. Hast du gerade einen blauen überlebt? Ja, ich habe einen blauen überlebt, weil ich vom roten... Weisst du noch gehittet wurde? Vom roten gehittet und dann am blauen überlebt? Ja, ich habe noch cool da unten gehabt, ja. Also das ist frech. Und ich fahre wieder... Elia? Du... Oh, verdammt man. Du hast ja sogar ein Item hinten am Arsch gehabt. Du würdest mich blieben. Ja, mit den roten natürlich. Mit den roten... Nimm diesen verdammten Panzer weg, Maelo. Wieso? Ja. Ey! Juh! Piss dich! Nein, ey! Oh! Wer hat jetzt den Geist? Wer hat jetzt den Geist, den wir genau das weggenommen haben? Nein, Elia! Hey, das ist doch... Nein, ey! Elia, ich hole dich noch. Ja, du wirst mir wahrscheinlich noch einen Staten holen. Ja, du wirst mir wahrscheinlich noch einen Staten holen. Schatz, das ist sehr, sehr spannend. Ey, Juh! Was ist denn da? Ich bin voll gefahren! Nein! Das gibt es einfach nicht! Nein! Ich mache wegen deinem Pilz in die Wand ein, wie ein Auto ist. Wieso bist du jetzt wegen meinem Pilz in die Wand? Ja, Alter, wie lange hat das ab? Hey, wieso? Ich habe gar keine Anzeige mehr. Vor dem Special-Ding. Ich bin voll gefahren. Wieso habe ich kein Special-Ding? Nein, Maelo! Ja, abbrechen! Ja, abbrechen! Ja, abbrechen! Nein! Jawohl! Ja, ja, ja! Ja, jetzt noch die Jür! Nein, 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 nein! Ich habe kein gutes Item! Jawohl! Nein, er verwirrt mich tatsächlich noch! Jawohl! Nein, das gibt es doch nicht! Yes, das erste Platz, Junge! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Er verwirrt mich einfach mit! Er verwirrt mich einfach mit! Das gibt es doch nicht! Ich hätte ihn nicht können, jetzt bin ich nur dritte! So eine Scheisse, du! Varioabfahrt ist unser dritter Rennen! Und jetzt haben wir uns wieder einen Sieg holen, nachdem erbärmlich an dritten Platz hat! Ganz klar! Ja, ja, ja! Ja, so! Jawohl! Aber Jürgen, jetzt ganz ehrlich, kann es eigentlich noch schlechter werden? Mann, ich bekomme mich gleich ein... Kann schon, kann schon! Wenn ich vierte werde... Ey! Du siehst... Du siehst... Gott, verdammt! Ja, du hast mich auch auf die Seite geschupft! Man hat das Gefühl, das bleibt einfach unbeantwortet! Ey! Ich habe gar nichts gemacht! Wohl, du hast mich auf die Seite geschupft! Und das bleibt nicht unbeantwortet! Nein, ich komme jetzt gegen Milo für einen, weil der ist schon wieder viel zu weit vorne! Ich sehe den Deutsche Bahn nicht mehr! Ich auch nicht! Der ist viel zu weit vorne wieder! Wir brauchten Raketen oder irgend so etwas! Und da ist noch so ein Komm gegen mich, das Gefühl! Der ist viel zu weit vorne! Ey, du meinst schon sehr weit vorne gesehen! Ja, ja... Jetzt holt noch etwas, musst du schauen! Hey! Wieso kann ich kein Ding? Oh nein! Jetzt habe ich nicht auf die Map geschaut! Jetzt habe ich nicht auf die Map geschaut, ich voll Idiote! Nein! Aden, weh! Du verdammt! Aden, ich schwöre, es reicht! Du siehst! So schön! Jetzt hätten wir schon wieder das Item geklaut! Entschuldigung! Die Runde wäre nichts, ich hätte gesagt! Wie geht's auf den billigen Plätzen? Äh, gar nicht gut! Gar nicht gut! Überhaupt nicht gut! Nein! Oh! Hey, aber ich mache keine Special-Sprünge mehr! Und hinter mir kommen einfach zwei Raketen an! Und was soll das? Die Runde ist nichts! Ich sage nicht, die Runde ist nichts! 23 Leute im Stream und 4 Leute schreiben! Ja, in meinem Chat wird nie etwas geschrieben! Bei Maira ist es immer nur die Party! Ja, klar! Und die fahren in einen Baum hinein! Ach, Mann! Und wieder in einen Baum! Wieder in einen Baum! Jürg! Jürg! Hey, wieso habt ihr alle Raketen an? Wieso habt ihr einfach die unfairen Raketen an? Wer ist die Erste? Der Maira? Oh, shit! Ja, wieso? Ja, Maira bekommt ein Geschenk! Und ein Geschenk hat geschickt! Aber er ist ja extrem weit vorne! Ich meine, der Blaue hat noch nicht mal! Ja, und ich bin vierter! Das gibt es einfach nicht! Das ist so schlecht! Komm, 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 komm! Nein! Jawoll! Let's go, Baby! Das kann es doch nicht sein! Ich hatte ja Raketen! Ich hatte ja Raketen! Das gibt es einfach nicht! Und dann verwirkliche ich das letzte Ding nicht! Jungs! Jetzt ist noch niemand im Ziel! Nein! Hey, so eine Frechheit! Die Runde ist jetzt wirklich krass! Nein! Hey, wieso bin ich vierte? Hä? Es ist gar keiner vor mir! Das Game spinnt komplett! Wenn? Ist einfach gar nicht vor mir! Wenn sie ist vor dir! Bei Aufnahme ist sie vor mir, auf einmal ist sie nicht mehr vor mir! Viertes und letztes Rennen und auf dieser Map? Nein! Da ist nie etwas für mich Zuckersauce! Auch wenn sie so etwas heisst! Ganz klar! Und der Start! Ich verbote auch wieder den Start! Ich verbote wieder den Drecks starten! Ja! Da bin ich schon wieder richtig! Manalo, du weisst schon, dass die Arsch heute mir gehört! Aber Mann! Wir auch fanden das schön in eine Banane rein! Ja, in meine Banane! Welche schönste Huren-Bananen! Das sind doch alles Huren-Bananen, nein! Das ist doch so ein Rentner oder sonst wie man einkaufen soll! Hey, los! Was denn? Ja, los einfach mal zuh! Auf meine Weisheit, los zuh! Die Jürgen macht einfach für uns den Anfall durch, ja! Im Märzchen! Ja! Ich würde jetzt auch lieber mehr die dritte Säule in den Leuten haben! Hey, was gibt's doch nicht da, hey! So eine Huren Scheissdreck! Elia, hast du etwas am Arsch dran? Ich habe dir etwas vorhin geschickt! Okay! Nein! Hallo! Du bist so ein Witz! Komm hier! Nein, hey! Jetzt habe ich extra den Stern angewendet! Hey! Wow! Zum Glück hatte ich den Stern angewendet! Der hat es jetzt eine Huren gebracht! Der hat es bei mir gar nicht gebracht! Ich bin siebent! Oha! Ja, das ist... Nicht gerade ideal, wenn man siebent ist! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Und ich gehe ab der Map! Das ist Karma! Das ist Karma! Das ist einfach Karma! Oh, sorry! Ja, ich weiss... Wegen dem Fahren, Chad! Was soll ich machen? Schau mal, wie entspannt es... Für den... Nein, das gibt's nicht! Jetzt hat er noch eine Rakete! Ich gehe ab! Hey, nein! Wie vieles mal... Hast du eine scheisse Rakete noch? Guck mal! Er ist einfach auf dem zweiten Platz! Er hat eine scheisse Rakete! Nein, er war auf dem dritten! Er war auf dem dritten! Und hat eine Rakete! Wegen jetzt noch! Was kann man so ein Item-Lock haben? Der Sier, Mann! Besonders... Was wenn ein Item lag? Hier! Die Marmette Item lag! Er zündet die Rakete genau dann, wo ich den roten Panzer auf ihn schiessen wollte. Genau dann hat er die Rakete gezündet und erklärt! Ja, Karma! Er hat so ein Item-Lock passiert! Gute Weisse! Nein, nicht wieder runtergekehrt! Nein, souverän! Na klar, kommt wieder etwas hinter mir in der scheisse Rakete! Jawohl! Baby! Dass du rot bist! Pisha, du dich! Ja, das war mein Fehler! Zweite Worte! Yes, von Elia! Sehr wichtig! Aber weisst du, mit Marello spielen, das macht keinen Spass, wenn der sich hackt! Ja, das sehe ich auch so! Aber was mir Spass gemacht hat, im letzten Rennen, noch Zweite Worte, Dino überholt! Aber ich bin absolut stolz auf die, Elia! Ich meine, du warst sonst auf dem siebten Platz und dann wirklich führig gekommen! Also, Hut ab von deiner Leistung! Elia, ein kleiner Tipp! Ich gebe nie die rote, hintere Attackiere! Wegen! Du gehst schon abpacken, hallo? Nein! Du hast immer etwas am Arsch! Ja! Nein! Wow! Du hast immer irgendetwas am Arsch! Jawohl, ein paar Haare! Ich gehe mit einem Quality-Joke! Absoluter Quality-Joke! Und Maelo, du bist meistens auch so weit vorne, dass ich dich gar nicht holen kann! Was kann man trotzdem holen? Das Schlusswort des Videos! Das hole ich jetzt auch bei euch ab! Denn wir sind am Ende angekommen! Gerade jetzt fürs Zoologen! Ich hoffe, es hat dir den ganzen gefallen! Auch wenn es der Fall ist, Daumen nach oben da lassen! Ab in die Videobeschreibung! Und dort noch den Link von Maelo, seinem Video! Und jetzt zum Schlusswort an meine Gäste! Also, wie sie per Du, oder? Abonniert... Das überleg ich mir noch! Abonniert einen auf Twitch! Das geht! Gar kein Mal! Nein! Niemals!